Sieben Gründe, warum dreijährige Kinder die Schlimmsten sind Egal ob Neugeboren, Krabbelkind oder Laufstarter, Eltern empfinden das Hier und Jetzt und die aktuelle Entwicklungsphase ihres Kindes immer als die anstrengendste. Doch eine toppt sie alle, auch rückblickend. Dreijährige nämlich sind das ausgemachte Böse. Warum? Sie haben ihren Willen, und dieser wird mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln durchgesetzt. Wutanfälle sind an der Tagesordnung. Sie reden ohne Punkt und Komma und kauen jedem ein Ohr ab. Wenn es sein muss, auch das Zweite. Alles muss immer sofort passieren. Geduld kennen sie nicht. Entspannt essen war einmal. Dreijährige finden die kleinste Zwiebel in der pürierten Suppe und werden sie nicht anrühren. Sie suchen ihre Klamotten nur noch alleine aus, ziehen sich alleine an und müssen sowieso alles alleine machen. Ihnen Hilfe anzubieten, kommt einer Majestätsbeleidigung gleich. Sechstens. Sie wissen genau, wie Mama und Papa funktionieren und wie man sie gegeneinander ausspielen kann. Siebtens. Drei-Jährige sind nach eigener Auskunft nie müde, im Gegensatz zu ihren Eltern. Ich hoffe, dass auch immer noch die Klamotten anbietern ist. Wie всегда braucht es eine Klamotten-Klamotten-Klamotten-Klamotten-Klamotten. Bis dann. Du wirst einem wunderbar, dejungen. Verrückter anbietern. Bis zum nächsten Mal.